Chinesen und Japanerinnen, nichts hinten und nichts vorne drin. Verliebt uns unsere Schuld. Chinesen und Japanerinnen, nichts hinten und nichts vorne drin. Wie auch wir verkaufen. Chinesen und Japanerinnen, nichts vorne und nichts hinten drin. Ossi, bringt dich meine Schwester etwa auf schlimme Gedanken? Nein. Wieso nicht? Bist du eine Schwuchle? Nein. Was bist du dann? Ich meine, sie schwingt den heißen Arsch direkt vor deinen Augen und du kommst nicht mal auf komische Ideen. Wie würdest du das nennen? Ich bin ein verheirateter Mann. Ein armseliger, verheirateter Mann. Ey, das ist ja großartig. Kommt schon, Leute, einen riesen Applaus für unseren verheirateten Mann. Ihr macht schon. Ist ja nicht fantastisch.